Ja, liebe Freunde, jetzt wird es da noch schnell hektisch heute Termin vorgeschoben, Kartoffelpflanzen, weil morgen Abend eventuell schon Regen da ist, kommt er diese Nacht, 10 Uhr, und jetzt muss ich da noch schnell Harnstoff säen. Warte da auf den Lohnunternehmer, der mir da meine Kartoffeln pflanzt. So, jetzt geht es los. Jetzt muss noch Maschine justiert werden, eingefüllt, Kartoffeln eingefüllt. Das Zugfahrzeug ist ein John Deere 7810, man sieht den Fleck. Er kann da auch direkten Luftdruck absenken, und hinten eine gezogene All-in-Land-Maschine mit vier breiten Rädern, die wie Packerwalzen wirken, und hinten wird gepflanzt. 2. Meter an. Ja, ist der Glück gerade dringend. Leitze halb. Ja. 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 Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020